Ich habe zum ersten Mal eine Zugabe gespielt bei dem Open Flair Festival und da musste ich Monster einfach zweimal spielen, weil Leute nicht aus dem Laden rausgegangen sind. Ich hoffe, heute muss ich keine spielen, weil ich habe bis jetzt erst elf Lieder live. Meine letzte und erste und einzige Zugabe beim Open Flair Festival. Zu einem Duett überreden könnte mich sehr gut Stefan Remler, aber auch Bilderbuch und Frank Moody. Auf gar keinen Fall könnte mich zu einem Duett überreden André Gabaillet. Tretti wäre fast auf die Album-Charge heute auf die Eins gegangen und André Gabaillet hat uns das weggeschnappt. Und der macht auch weirde Texte. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich als allererstes Sojamilch und die veganen Alternativen zur Milch mit 7% besteuern statt die richtige Milch. Das wäre Interesse der Umwelt und der Tiere und habt ihr Zeit, weil die Liste ist lang.